Yo, was geht, Leute? Ich hoffe, jedem von euch geht es gut. Für mich persönlich gibt es keine Ausreden, dass man am Samstag nicht arbeiten sollte. Lasst gerne ein bisschen Liebe da. Kommentiert mal, wann ihr am Wochenende aufsteht. Plus, unten in den Kommentaren verlinke ich die WhatsApp-Gruppe. Schau gerne vorbei. Lass ein Abo da. Let's go. 7-jähriger Tim macht einen Haufen Sonnencreme ins Planschbecken. Will er darin schwimmen oder sich eincremen? Tim? Bro, kann mir mal jemand erklären, warum der so viel Sonnencreme hat? Und das läuft im Fernsehen und das gucken sich Leute an? So ein Schmutz? Das ist... Ist das eine echte Geschichte oder... Was soll denn das bitteschön sein? Das ist bei Südring. Klinik im Südring. Was machst du da? Stopp, nein. Wir werden sehen, der Sohn will einfach nicht hören. Komm da weg, was tust du? Du willst doch da nicht... Komm, komm zu... Das darf nicht wahr sein. Er denkt sich auch nur... Hier schaffst du es nicht, mich aufzuhalten. Aber woher hat der überhaupt die ganze Creme? Das kann doch nur bei RTL 2 laufen, Digga. Was machst du da drinnen? Wie soll ich mir denn sonst den Rücken einkämen? Er hat recht. Wenn die Mutter nicht helfen will, muss er es so machen. Klitschi. Wo kommen die jetzt bitteschön her? Die zwei Tüttel-Täubchen. Sind das Zwillinge? Klitschi. Wieder aussehen. Diese zwei Gnome. Will die einfach random auftauchen und ihnen auslachen? Wenn ihr es auch gemeint findet, hinterlasst ein Abo. Ich hoffe, das ist nicht die Jugend von 2024. Denn sonst... Mieskittich. Sie macht die gehypte Hayley Bieber Handyhülle nach. Und zwar komplett aus Tod. Ich muss das auch machen. So eine Handyhülle? Ich bin ehrlich, das Ding stört mich schon. Aber noch so ein Ding da hinten drauf? Mieskittich. Also das ist nicht... Ne. Nicht mein Fall. Wir fangen jetzt zur Action. Wir sind da. Wenn ich in den Action gehe, muss ich jetzt mal 10.000 Jahre suchen, wie ich das finde, was ich haben will. Nehmen wir mit. Ton hat er gefunden. Ob die Videoidee eigentlich nur eine Ausrede dafür war, dass ich zur Action fangen kann und stöbern kann? Nein. Das ist die Hülle, mit der wir das machen. Und über die reden wir jetzt nicht, warum die so aussieht. Mich interessiert es nicht, dass die Hülle so aussieht. Bin ich ehrlich mit dir? Mach einfach das Video. Ich will dir das sehen. Schritt Nummer 1. Der Ton wird safe abfallen. Ich habe wie im Originalvideo ein Kamix verwendet. Ich liebe Kamix. Wenn ich es noch nicht gesagt habe, jetzt wisst ihr es. Und basically habe ich das getan, was ich... Bro, du hast deine Fingernägel lackiert? Das ist jetzt mal die Hülle bis jetzt und jetzt... Oh ne, doch nicht. Ich war gerade verwirrt. Kommt dieses Teil da drauf. Vor dem Schritt hatte ich am meisten Schiss, weil ich dachte mir so, jetzt kann am meisten schief. Damit das Ganze nicht so scheiße aussieht, musste man das so ein bisschen mit Wasser anfeuchten und so glatt streichen. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, wo ich immer hinkomme, wenn ich was bastel. Ich weiß nicht, ob ich es gerade besser oder schlimmer mache. Wenn ich etwas mache, dann verkacke ich es meistens, weil ich will so perfekt wie möglich machen und das... Das Ding fällt einmal runter. Ja? Millionen Stück auf dem Boden. Und du hast keinen Besen dabei. Irgendein fremder Mensch muss es dann aufkennen, weil du so eine idiotische Idee hattest. Das ist mein Untergang. Die Hülle muss jetzt 24 Stunden trocknen, damit sie hart wird. Fragt mir unbedingt, um es nicht zu verpassen. Warum hast du es nicht in den Backofen gemacht? Oder? Macht man das nicht mit Ton? Also früher war es mal so. Kein Plan. Oh, wie ich jetzt Bock hätte auf eine Pizza, man. Aber keine Hawaii. Ananas und Schinken. Nee. Aber ich hätte richtig Bock auf eine Pizza. Also so eine fluffige, dicke Pizza wie hier. Aber das Ding ist genial. Warum piepst das so? Ist das bei McDonald's? Kann man Pizza bei McDonald's bestellen? Das piepst ja wie bei McDonald's. Kein Plan. This is me attaching an Eischest to my cars. Ich vergleiche das schlechteste. Wenn ich jetzt hier stehe... Du weißt ja, seit dem letzten Update ist die Yacht komplett verschwunden. Nur die Frage ist jetzt, wo befindet sie sich vor dem... Bin ich eigentlich der Einzige, der beim Telefonieren durchs ganze Haus läuft? Digga, ich hasse es zu telefonieren. Also ich bin ehrlich, wenn ich dann mit jemand telefoniere, für 10 Minuten, ich bin durchs ganze Haus gelaufen. Ich weiß nicht wieso. Es ist als ob ich Sport mache. Eigentlich sollte ich mehr telefonieren, dann nehme ich vielleicht ein bisschen ab. Ohne... Hast du was dagegen, wenn ich zocke? Ja. Warum frage ich überhaupt? Können wir nicht einfach was zusammen gucken? Wenn es sein muss, aber vorher machst du die Challenge. Was denn für eine Challenge? Wenn du mir sagen kannst, wie viele Schafe über den Zaun springen, zocke ich nie wieder. Da habe ich ja praktisch schon gewonnen. Ein Schaf... Die pennt ein. Zwei Schafe... Das ist immer so, Digga. Können wir was zusammen schauen? Eine Person pennt ein. Safe. Drei Schafe... Krass, dass es so einfach war. Jetzt schnell weg hier, sonst penne ich selber ein. Hä? Hat was drin? Ja. Muss mal ausprobieren. Oh mein Gott, Leute, ich bin gerade mit Emily auf Madeira. Äh, wer... Schrei bitte nicht so. Bist du eigentlich? Äh, warte mal. Ich bin auch zu, die mit Lami Videos macht. Ah, du bist das also. Äh, ja, äh, ist doch cool, oder? Ja, ja, mega. Leute, äh, was denn los hier? Magst du nicht? Die ist immer in pink gekleidet. Immer pink. Alles pink. Warum immer so viel Make-up? Natürlich ist es schön, Leute. Das ist definitiv besser. Leute, schaut mal, ich bin wirklich auf Madeira. Und wisst ihr, wer auch hier ist? Lami ist auch hier. Leute, Lami ist einfach auch hier. Ey, Leute, was geht ab, Mann? Ey, Leute, ich glaub einfach nicht. Wer ist denn Lami? Ich habe die beiden getroffen. Leute, schreibt mir in die Kommentare, was die auf Madeira machen sollen. Ey, ihr müsst das auf jeden Fall schreiben. Lissgott! Oh mein... Also, ich könnte mir vielleicht ein Video reinfetzen, aber das war es auch. Also, mit dem rumgeschreit ist, ich mag es nicht so. Aber ey, meine Opinion. Hörnchen? Kipfel? Hörnchen? Kipfel? Das ist ein Croissant! Pilz? Schwammerl? Pilz? Zu Schwammerl? Schwammel? Aubergine? Aubergine? Siehste mal, die muss sich irgendeinen Scheiß ausdenken! Und die andere denkt sich... Oh! Du hast vergessen! Denk dir schnell was aus, das wohl gar keinen Sinn macht! Paula? Melanzani? Melanzani? Was? Okay! Rührei? Eierspeis? Eierspeis! Das ist einfach ein Ei! Rührei, Eierspeis! Es gibt extra ein Rührei-Emoji! Safe! Brötchen! Brötchen! Semmel! Brötchen! Semmel! Meine Oma sagt Semmel! Brötchen ist in Ordnung! Das ist für mich ein Bagel! Okay? Ich sag dir sowieso, das ist ein Bagel, Digga! Beide haben es falsch! Deutsch und Österreich! Was ist denn hier los? Komm rein, Bro! Setz dich auf die K... Das ist ne Leder-Couch-Mann mit Stiften drinne! Wenn ich mich da draufhocke, hab ich was im Arsch! Tschüss! Digga, ich hab gesagt, du sollst malen! Und nicht die Stifte in die Couch reinhauen! Wo ist dein kleiner Bruder? Der war doch im... Ach, du Scheiniger! Daaaannnn! Ach, und deine... Bro, wer denn macht das sauber? Ey, am besten ausziehen, ein neues Haus kaufen. In diesem Falle. Cousine ist auch dabei, oder was? Das erzähl ich, Tante Anne. Komm rein, Bro! Siebenjähriger Rasmus macht... Schaffe ich es, einen Ball von außen in ein Fußballstadion zu schießen? Dafür muss ich natürlich erst mal trainieren und dann... Bro, ich sag dir so, wie es ist. Du musst viel trainieren. Denn ich schaff das doch nicht mal. Und ich hab ein paar Jahre Fußball gespielt. Na, Technikpfeil. Ich mach mal meine Beine erstmal ein bisschen warm. Bro, der kriegt schon einen guten... Den ersten Lockeren in die Höhe. Joa, aber ich sag's, wie es ist. Das reicht nicht. Das geht noch höher. Und zack! Bye, have a great time! Ja, okay, wir wissen ganz genau, wo das endet. Das ist ein Typ, der spielt mit Jordans Fußball. Me, ich skript es. Versuch, das Ding geht jetzt Richtung Sonne. Ja! Aber aus dem Screen, W! Torwart werde ich nicht mehr. Mal schauen, ob mein Ball jetzt tatsächlich in der Allianz Arena landet. Bevor wir das versuchen, müssen wir unseren Weg natürlich erstmal nach oben schießen. Mein Plan ist es nämlich, mit jedem Video eine Liga aufzusteigen. Wir fangen in der Regionalliga an und kicken uns bis in die Bundesliga. Also habe ich auf Insta alle Regionalligisten in Deutschland angeschrieben, in der Hoffnung, dass mich einer von ihnen auf, ähm, in ihr Stadion schießen lässt. Von Sportplatz-Vibes über ein paar Tribünen bis hin zur High-End-Arena ist alles dabei. Markiert auch gerne in diesem Video Regionalligisten aus eurer Gegend, um unsere Chancen zu erhöhen. Wenn sich ein Verein meldet, dann gebe ich ein Update also voll rein, um das nicht zu verpassen. Okay, ich bin mal gespannt. Da muss ich unbedingt hoffen, dass ich das Video sehe. Oh ja, Zeit für Sexy-Time. Ach, wie schön, dass er sich erstmal um uns kümmert. Das ist ja wohl selbstverständlich. Alles klar, die Schleusen sind geöffnet. Oh ja, Zeit für Sexy-Time. Oberschenkel-Innenseite. Oh nein, komm schon. Hallo, hier oben bin ich. Also, ich bin gleich wundgerubbelt. Okay, das wird's ja nichts. Du musst deine Hand an die richtige Stelle legen. Ja, bitte tu was, er ist ja komplett lost. Ähm, vielleicht ein bisschen weiter oben. Hm? Wart nur ab. Mit meiner Taktik mache ich sie alle verrückt. Also, weiß ich jetzt nicht. Ach, alles aus. God damn. Also, so denken Frauen über uns? Oh my God. Drei Dinge, die du jetzt verstehen kannst, um heute Abend glücklich einzuschlafen. Damit wirst du sofort glücklich sein. Erstens, such dein Glück niemals in anderen. Du bist die absolut einzige Person, die dauerhaft dafür sorgen kann, dass du zufrieden bist. Zweitens, vergleich dich nicht mit anderen. Natürlich, es gibt immer welchen, denen es... Digga. Vergleiche ich mich mit... Ich vergleiche mich mit niemandem, oder? Nö. Eigentlich nicht. Ich ärgere mich eigentlich nur, dass mein... Dass ich nicht so viel Support kriege, okay? Besser geht. Es gibt aber deutlich mehr Menschen, denen es schlechter geht. Und drittens, macht nicht so viele Sorgen über die Zukunft. 90% davon wird sowieso nicht eintreten. Schick das... Wow. Ich muss mir Sorgen machen. Ich bin ein armer Schlucker, Mann. Ich hab kein Geld für den nächsten Tag. Von was lebst du? Mach dir keine Sorgen über die Zukunft. Wie soll ich die Miete bezahlen? Mein Stuhl ist schon seit Monaten kaputt. In der WhatsApp werde ich mal ein Update darüber machen. Über meinen Stuhl. Hast deinen Freunden, um sie auch glücklich zu machen. Ja. Also das war's. Das war genug. Mach dir keine Sorgen über die Zukunft. Pff.